Bringt ihr gute Neuigkeiten? Wie, wie war das? Ich meine, als ihr euch der Runde genähert habt. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Ich habe mit der Kirche gesprochen. Sie war sehr daran interessiert, eine Expedition loszuschicken. Und ich, ich soll sie anführen. Wir sollen den Tempel untersuchen und ihn für Pilger öffnen. Ist das nicht aufregend? Ihr habt das alles möglich gemacht. Ich kann euch nicht genug danken. Aber ich werde es versuchen. Hier, nehmt das als Belohnung. Es soll euch gehören. In euren Händen ist es sicher sinnvoller aufgehoben, als wenn es hier im Haus herumliegt und Staub ansetzt. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss noch so viel vorbereiten. Wenn nur Whalen all das sehen könnte.